1 bis 2 50 Hunderter sammeln erstmal hier hinten Einer spottet an, der beidet im 2. für den 390 kommt mit in die Stadt Ja, tot, ich spott Cool Watcher Ist da irgendwo ein besonderen Wunsch, wo der den 390-Hm ist? Stadt? Mh, am besten mit dem 50 Hunderter hier auf die äußerste Lane So, check die Nudel Ey, das bringt sogar, glaub ich, was Copy Gleich stürzt er selber, wenn er stehen bleibt Na, da fliegen die HP Oh, fuck Lol, was war das denn? Oh, leid, ich bin auf meinem Mausblatt gekommen Sollten die S3 nicht in die Seitenstraße? Ja, die S3, Seitenstraße und so Ups, falsch abgebogen Die stehen auf dem Cap Der 390 geht bitte raus Ist getrackt Da hat er ja die Hand nach Hause Sollen die S3 hier in die Seitenstraße reinfahren oder nicht? Ja Bitte, den nächsten 1390 auf, die 32er Arbeiten dran Oh, sorry Boni Zurück Richtung Ja, was ist das? Du bist jetzt nur noch Zurück, zurück, zurück Safe gehen hier, wir haben erstmal 2-0 Vorstand Gleich 3-0 Und dann wieder zurück Safe gehen In die Safe-Position rein So, 3-0 erstmal Ruhiges Spiel machen Victor, du gehst mal genau Victor, halt mal bitte Auge auf die Mitte Ja Ja Ja, ich drehe doch mal einer raus Von hier schieft irgendwas Pago Und Hasi Ihr geht hier mit hinten rum Und geht mit hier in die Seitenstraße rein Weil die stehen jetzt hier in eingeklemmt Die können hier nicht mehr raus Nein Ihr S3, helft bitte da oben den Victor Ja, wie kann ich helfen Wenn ihr könnt Ich fahre zu Victor heute Wenn ihr könnt, ansonsten, Morten Ihr bereitet euch gleich darauf vor Dass ihr hier rumfahren werdet Ja Ja Die weg machen werden 50, 100 Ich fährt kippt Wir schließen uns zu den beiden T32ern mit auf Ja, Toni, du gehst mit raus, bitte So, wir werden uns dann gleich T32 bepushen hier rüber Rechts ist erstmal egal So, seid ihr fertig, Norden? Ja Los, so, die Kingfails Marge hier rum um die Ecke, links Ich hab noch einer, Toni Sehr schön Jetzt den 100 Ja, okay, Kern im 1 ist angeschossen Kern rausnehmen So, wir ziehen hinten durch Gleich Als nächstes die ES3 mit 900 Kickfair steht davor So, jetzt den 110 Okay, V4 ist rechts hinten, Jungs, Richters Wir kommen 50, 100 um die Wir sind unten durch, Gerox Ja, alles easy Bleibt zusammen, 50, 100 Fokus 50, 100 Fokus Schön ruhig werden Die laden, die laden Jetzt, Schlag zu Ja, Schlag zu, solange die laden Die laden jetzt, den sich leer gemacht Ne, was auf, ich will damage Ja, ich auch Ne, einer hat noch einen Schuss gehabt Ja, toll, dann Macht mal Hase jetzt weg und dann rommler Die haben sich leer gemacht Der ist nicht leer, der ist nicht leer, der ist nicht leer, der will mich Doch, der ist leer Der ist leer Die haben sich komplett außen und von hinten entleert Also, sehr schön Geiles Battle Geiles Battle, sehr schön Hier gleich die 1390er am Anfang richtig schön Die ganzen drei Lights richtig schön gefickt und dann Schön rausgespielt noch Ein nettes Move von KSC an dich, Mu Oh, schönen Dank, Gruß zurück KSC haben wir uns ja vorhin geschlagen Das muss man auch mal sagen, ja Im Tier 10er sind wir voll in die E100-Seite reingelauschen Das ist echt übel Das waren die Kuschuskahn, lustig Schönen guten Abend Wir haben jetzt auch ein neues Logo Eine bunte Kuh Finde ich super Störe ich gerade? Nein Nein Frauen stören nie Okay Du warst ja vorher bei uns Und hast uns ein bisschen was erzählt Und gemeint, wir sollten einfach mal vorbeischauen Falls ihr noch Zug fahrt Beziehungsweise Kompanie Und ein Klankumpel und ich Wir würden gerne, falls ihr noch Platz habt Mal mit euch mitfahren Da werden wir bestimmt bald was finden Okay Gut, ähm 1390 machst du Spot durch die Mitte Haust hier hinten ab E1 Der Cruiser Du spottest mir einfach mal bloß den Hügel P32 Ihr geht Bitte In die Position IS3 über die Zweierlinie 5800er B1 D32 Но Okay G2 Und Sieesten halt D2 D32 D32 D63 D32 D32 Dätiges D dimw D32 D32 Dufler D32 Nicht stehen bleiben! Nicht stehen bleiben! Ich hab den T1 getrackt! Ich hab den T1 getrackt! Ich hab ihn auch getrackt! Wir werden zielen, Mädels! Ach, das ist meine Waffe! Häuser ran! Hey, stopp jetzt hier! Ruhe reinbringen! So, die 50-100er hauen bitte ab! Wir können an die Offensinn hier super reinwirken! Für die 50-100er, oder? Ja, der T2 ist super beschießbar für uns! Moni, kannst du mal bitte dir einen 50-100er schnappen? Den Crusader unterstützen gegen den 13-100er? Offen! Vorsicht, Richter! Es kann sein, dass Blindhoots jetzt fliegen! Viktor, mitkommen! Äh, nimm... Ja, nimm Viktor, würde ich ziehen, ja! Ich hab weniger HP! Was machst du denn mit HP? Ich kenn mich nicht! 1390 oben holen! Okay! Boah, da richtig hoch! Halti, lass mir mal auch ein bisschen Platz da hinter der Deckung! Ja, was soll ich denn machen? Du kannst dich doch neben mir stellen, ganz cool! Komm mal weiter her, hier! Und er ist hier drin! Gehst du doch hinter mir! Ach, dieses kleine Mistvieh! Ab bitte hier hinten rum, dass der 1390 euch nicht aufmacht! Was ist da wegs los? Ähm, Mo, wenn der 1390 oben aufm Höhen weg ist, geht der B***er-Linie, ja? Ich bin hier festgenageldecke! Guck mal, 50-100! Ja! Ich wollte ans Haus ranfahren, jetzt kann ich hier gar nichts mehr machen! Bleib mal ruhig, Koppi! Der 50-100er, du gehst doch mal bitte... Du gehst doch mal bitte mit den T... 50-100er, du gehst doch mal bitte mit den T... 50-100er, du gehst doch mal bitte mit den T... 50-100er, du gehst doch mal bitte mit den T... von 30 über die Achter! Ja, Doktorne, ich bin halt nicht so schnell, ne? Los, fertig! Räder nochmal Kopf, den Hügel anspotten! Wahnsinn! Äh, 50-100er, der am Hügel schießt! Er ist also einer auf dem Hügel, ohneprozentig! Oh, Kopf! So, und dann mal los! Ah, nix! Der ist hier links! Und n T-1? Der 50-100! Was? Holte mir den 13-90 hier! Rechi, geh mal ran, na, hier holen wir uns! Minimap stockt, du bist doch! Ich kann nicht mehr als fahren, Dicke! Der ist nicht auf der Minimap, die Minimap stockt wie Sau! Ja, ich bin an Dauer fahren! Aber der ist jetzt runtergerummelt, ne? Jo, da hol ich noch! Gar nix! Oh, bleib hinter mir! Ne, ne, geh nach vorne! Die pushen hier, die pushen hier, die pushen hier! Oh, Toni, hau ab da! Oh, lolololololol! Komm, 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 der muss raus, der muss raus! Wir werden hier außen gepusht! Hier ist die Feuerlinie aufbauen! Sollen wir durchfahren, oder sollen wir euch helfen? Hier helfen, hier helfen, hier helfen! Alles klar! Komm, dich auf den einen, vorne! Na, ich bin draußen, ich muss die Hände! So! Also, hier müssen wir drüber! Oh, nee, ich muss wieder das Cap! Das nächste ist die sieben Monate! Copy Cap! Ja, ja, ich fliege! Hier! Ist recht, wenn du fahrst! 110 von links! Wir sollten die hier wegpushen! Ja, ey, wenn der 110 links schießt, dann müsst ihr entweder raus auf die Straße und die 3 wegmachen, oder die 110er! Hier ist 3 steht! Auf jeden Fall Fahrt! Er ist vorne unterwegs! Ja, dann raus, komm! Links die 110er! Two-Shot! Shield it! Pargo! Jungs! Play nicht vergessen! Nimm 110er raus! Nicht dazwischenverble... Lol! Pargo! Ege! Ege, du kannst dich Ed von Schleck nennen, ey! Ed von Schleck! S-K-I-L-L! Jaja! Gut! Danke für euch und wünsche euch noch eine gute Nacht! Ja, guten Tag! Ebenso! Zizikowski! Babydoll! So! Das war's auch für mich erstmal von der Fight Night! Macht's gut, bis bald euer Mo! Tschüss!